Mach du, ich weiß auch, wer der andere ist. Okay, wir sagen den Killer. 1, jetzt. Gnu. Warum ich schon die? Ich mach die Gnu ja. Und dadurch, dass Gnu den Kill gemacht hat, weiß ich auch leider, wer der andere ist. Oh no. Entschuldigung, wie läuft es grad so? Es ist anstrengend zu sch... Dann sterb wenigstens er und nicht ich, wenn das Licht ausgeht. Von der Kill. Nein, an Simon says... Walk out. Ich kann Anni keine Sprachnachrichten mehr schicken, sie hat mich geblockt bei Whatsapp. Ich kann nur noch Twitter schreiben. Erzähl mal einen Witz, okay. Okay Chat, macht Achtung, Vorsicht. Aber ich starte den Witz nur, und dann mute ich mich einfach, ohne weiter zu erzählen. Hallo, ich war grad gemutet. Hi Gnu, wisst ihr, was das beste Weihnachtsgeschenk ist? Ich hab mich jetzt gemutet und wir gucken jetzt einfach, was passiert. Ich werde jetzt nicht mehr reden, bis die Runde anfängt. Ich hab Herbst auf Twitter gesehen gewartet. Ach so, meinst du... Antwort jetzt aber gar nicht mehr. Ich bin jetzt einfach raus aus dem Call. Ich werde aber nichts mehr sagen. Guck, wie unangenehm das jetzt ist, weil ich... Ich muss grad den Tweet suchen. Ich darf jetzt vergessen. Weil ich Flesksein einfach retweetet habe. Sag einfach nichts mehr. Das ist für die jetzt... Das ist für die jetzt krasser Cringe. Weil die jetzt denken, der redet doch bestimmt gleich, oder? Der redet doch bestimmt gleich, oder? Der wird bestimmt gleich antworten. Das ist so krass cringe für die jetzt. Ja, aber ich hab ja meinen von Annie geklaut. Ist für mich scheißegal. Es ist komplett egal. Die haben Hörner. Okay, Achtung, Chat, Achtung. Die haben Hörner. Gnus sind die Tiere, die Simbas Vater zertrampelt haben. Warte. Ja, und die haben Hörner. Warte, jetzt komm. Ich löste mit der Stelle auf. Das war ein Job. Das hat er möchte. Ich dachte, ich bin die, die keine... Ich warte auf eine Pause. Ich dachte, Julien bin letzt ernsthaft getan, dass Dodo ist. Was? Vielleicht hast du noch einen Fix für mich? Außer einer Public Lobby Join, weil es geht halt immer noch nicht. Eine kaputte Trommel. Bist du sicher, dass du den Code richtig kopierst? Was? Was? War du? Ja, ich glaube, ich kann schreiben, Tobias. Wie lange hast du den? Aber du musst doch noch sagen, warum. Und du hast auch EU ausgelebt. Jetzt ist cringe. Und nicht die Beta. Jetzt ist cringe. Ich starte mein Game nochmal neu, aber keine Ahnung. Weil sie uns schlagbar ist. Ihr werfen. Es war das selbe Spiel. Es war das selbe Spiel wie ich. Es war das selbe Spiel wie ich. Ich hab den Rocket Shit gemacht, bin hoch, da ploppt er raus aus dem Bett. Wer ist gewendet, warte, ich hab's nicht gehört, wer? Nein! Oh mein Gott, Leute! Was? Oh mein Gott, du bist der Wendt-Sperde, ey. Nö, genau so weiter. Danke, Guilla. Bin ich hier tot? Und rausgewendet. Nein, 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 nein. Ich hab meinen PC gesperrt, what the fuck? Ich bin froh, dass ich heute onstream noch keinen Simon Says machen musste. Weil ich legit immer dabei verkacke. Weil ich einfach so'n Gedächtnis... Das zum Thema Muten, Bruder, du machst Simon Says wie ein Gestörter. Und chokest auch noch. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Weil ich wollte... Ich wollte, dass sie... Äh... Sorry, falls ich falsch war, aber ich glaub, stimmt schon. Ich wollte, dass sie... Quasi weniger sass ist, weil die Imposter sich drauf einschießen. Aber ich hab nicht damit gerechnet, dass einfach... jeder pennt. Was? Oh Mann! Ich do ne gleich durch. Ähm, was ich sagen wollte... Ich bin so verdient, so verdient. Ey, ich bin grad so wütend. Ich bin so verdient. Ich bin so verdient. Ey, ich bin einfach komplett wütend. Da stecke ich schon voll auf. Alter. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend einfach. Oh mein Gott! Wie kann man denn so reinschalten? Warum hat Benji da nix gemacht? Bro, Benji ist es, oder Chad? 100%ig, Alter. Der stand da grad die ganze Zeit dran. Hat er überhaupt was gemacht? I dunno. Ich weiß, ich wusste es! Ich wusste es gerade sagen, Mann! So, ich bin bereit, jetzt den Jury zu machen. Ja, hau, Uwe, du! Ich krieg dein Leben! Du kleiner Bastard! Ey, hoff nicht! Hab Psycho gerade gesagt, dass es Sergio ist? Kann dann länger her sein. Aber I don't think so. Also, ich hab das DJ... Er ist gerade gewentet. Er ist gerade gewentet. Er ist gerade gewentet. Ist er gerade gewentet? Ist er gerade gewentet? Oh Gott, ich will kein Fake-Call geben. War das gerade gewent? Da unten links ist keine Task. Hallo Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, drückt doch bitte den Like-Button und abonniert mich, das hilft mir wirklich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!